Ja, ich habe gestern ja ein Video zu den neuen G2 Geräten von Anker gemacht. Den zwei hier, dem Multidings und dem portablen Akku. Und habe gejubelt, wie großartig G2 der neue Drahtlosladestandard ist. Ich hätte es mir ja denken können, dass Folgefragen kommen, weil die Sache ist, ja muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen verwirrlich. Ich habe mich die letzten Monate ja ein bisschen damit beschäftigt, eigentlich seit letztem Jahr damit losgegangen ist. Und die Tatsache, dass der Pult hier voll ist mit möglichen Drahtloslade-Dingern, verrät es ja schon. Die Sache ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht ausschaut. Also es könnte sein, dass wir ein bisschen überbohren in diesem Video. Aber ihr könnt mich ja dann in den Kommentaren wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Oder anmerken, was ich alles vergessen habe und welche Fragen immer noch offen sind. Da können wir ja immer noch, ich vermute die Woche machen wir am Donnerstagabend Livestream. Da können wir ja dann auch nochmal ausführlich über drahtloses Laden diskutieren. Weil es gibt ja auch viele Leute, die es überhaupt nicht mögen. Ich mag es ja, weil es so bequem ist. Aber ja klar, Kabel ist effizienter. Das muss man nicht diskutieren. Aber diskutieren und erklären muss man ein bisschen, was es mit diesen G-Standards auf sich hat. Und ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang damit an. Nämlich bei dem Gremium, was diesen G-Standard geschrieben, QI, herausgibt oder verantwortet. Das ist nämlich das Wireless Power Consortium. Das da. Ja. Das ist das Branchengremium. Weil das Problem war ja, also dieses Drahtlose, die Technologie von Drahtlosladen ist ja nicht neu. Man kennt das schon lange aus, Zahnbürstchen und überall. Das Problem ist ein bisschen, man muss sich ja dann überlegen, wie machen wir das, dass alle mitmachen können, dass es nicht jeder irgendwas wurstelt. Die Tatsache, dass hier ganz, ganz viele verschiedene sind, zeigt ja, es wurde dann doch jeder irgendwie wo was gewurstelt. Aber es gibt dieses Gremium und das ist interessant. Das ist wirklich sehr spannend. Wir schauen nämlich mal, wer da alles Einsitz hat. Und das sind nur das Board of Directors. Und da sehen wir es ja schon. Bosch ist dabei, Apple ist dabei, Mediatek, der Chip-Hersteller, Samsung ist dabei, Google ist dabei. Und alle zwei Jahre wechselt es wieder, wer da Chef sein darf in diesem Gremium. Aktuell übrigens, der Oberchef ist Fadi Mischriki von Apple. Ja, ist momentan Chairman. Und wenn wir da schnell nachschauen, wer das ist. Noch spannend, ist ein Neuseeländer. Zips. Der eine Firma gegründet hat, die Drahtloses Laden macht. Also ein Ladespezialist. Das heißt, Apple hat die Firma gekauft. Wann haben sie die gekauft? 2020 haben sie sie gekauft. Ja. Der Chef dieser Firma ist jetzt bei Apple und sitzt für Apple in diesem Gremium und verantwortet. Ja, da die Gremiumsarbeit, ich weiß nicht wie viel Aufwand, das ist da in diesem Gremium zu sitzen. Ja, und dieses Gremium hat damals den Qi-Standard lanciert. Das ist der Drahtlos-Ladestandard, der sich durchgesetzt hat. Also wenn man in Ikea irgendeinen Drahtlos-Ladedock kauft, was irgendeine Lampe drin ist, dann ist es Qi zertifiziert. Wenn man beispielsweise in Zürich am Flughafen hat es auch überall wieder solche Ladedinger, wo man einfach das Handy drauflegen kann und das lädt. Und das funktioniert mit allen, weil es eben auch dieses Qi ist. Q-I geschrieben. Das Problem, was ich ja schon erwähnt habe, ist natürlich, wenn es so einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, dann fangen die Firmen an, darüber hinweg zu experimentieren. Und das hat dann auch Apple gemacht. Apple hat es ja losgegangen, ist es mit Drahtlos-Laden bei Apple mit dem iPhone 8 und dem iPhone X, damals 2017. Damals haben sie ja auch, als erstes haben sie ja gesagt, wir unterstützen den Qi-Standard, was sie ein bisschen überrascht hat, weil er normalerweise nicht die offenen Standards unterstützt und lieber was Eigenes macht. Und dann haben sie ja noch gesagt, und wir haben dieses AirPower und wir arbeiten mit dem Qi-Konsortium oder eben dem Wireless-Gremium halt zusammen, um den Standard weiterzuentwickeln. AirPower, wissen wir alle, wurde nix. Mich wurmt es immer noch, dass ich damals nicht mehr Fotos davon gemacht habe und es mehr ausprobiert habe, als ich mir das angeguckt habe, damals in Cupertino. Ja, ich habe AirPower wirklich mal gesehen. Also das Ding gab es wirklich. Aber hat ja dann nicht funktioniert. Und dann hat Apple 2020 MagSafe lanciert. Jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig habe. Es gibt so viele ähnliche. Das, da ist es. Das kam damals. Ja. MagSafe zusammen mit dem iPhone, jetzt muss ich mich konzentrieren, iPhone 12 war es genau. Und die Überlegung dahinter ist ja einfach, das war da dieser dünne Chip und der hält da hinten an den iPhones und lädt sie halt. Wir haben damals auch damit rumgewackelt und es hat ja gehalten, hält heute immer noch. Das Interessante an MagSafe war zweierlei. Erstens, es hat den Qi-Standard genutzt. Also man konnte auch irgendein Samsung-Handy drauflegen und es hat auch geladen. Jetzt natürlich nicht, weil das nicht eingesteckt ist. Aber es hat eben nicht nur den Qi-Standard unterstützt, sondern es hatte auch Magnete drin. Die Magnete, das haben wir damals alle viel zu wenig geschätzt, waren die wahre Innovation von MagSafe. Weil das Problem mit all den Qi-Docs war, meine Güte, was mir eins Handys in der Nacht von diesen Qi-Docs runtergerutscht sind. Darum haben ja dann ganz viele Hersteller solche Dinger gemacht, wo man das Handy reinstellt. Hat natürlich dann auch meistens nur eine Produktgeneration lang funktioniert, weil dann irgendwo die Handys länger wurden oder nicht mehr ganz gepasst haben. Und diese Qi-Docs damals, das war wirklich mühsam. Und dann hat das Handy vibriert und ist vom Dock runtergefallen. Alles schon passiert. Darum war die Innovation ja so schlau mit den Magneten. Erstens, da verrutscht halt nichts mehr. Zweitens, das Drahtlosladen funktionierte über Spulen. Man muss die Spulen im Handy und im Ladegerät möglichst präzise übereinanderlegen. Das war immer ein bisschen eine Kunst und mit Magneten halt nicht mehr. Da sind sie auch perfekt übereinandergelegt. Und die Magnete haben dann allerhand Zubehör ermöglicht. Was ich ja gerne verwende ist, da dieses lustige Moft-Stativ, wenn ich das iPhone auf ein Fotostativ machen möchte. Oder das habe ich auch schon oft gezeigt. Da von kleinen iPhone stehen. Im Auto gibt es auch ganz, ganz viele Halterungen. All das wurde möglich dank MagSafe und den Magneten da drin. Darum bin ich ja auch zum MagSafe-Fan geworden. Ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch, was sich Apple da ausgedacht hat. Das Problem war dann natürlich, wie immer, wenn Apple etwas macht, sie haben halt auch auf den Standard drauf gebaut. Und wenn man die vollen 15 Watt Ladeleistung haben wollte, musste man eben ein Apple-zertifiziertes MagSafe haben. Und ihr seht es hier auf dem Pult. Ich habe über die Jahre auch ganz, ganz viele, alle möglichen Varianten von MagSafe-Sachen getestet. Und das ist aber lustig. Ah, da stimmt ein USB-C dran. Ja, wenn ihr ein bisschen in meinem Archiv wühlt, seht ihr ganz viele Tests von so Dingern. Und das Problem war eigentlich immer, wenn es halt nicht von Apple zertifiziert war, hat es dann nur halb so schnell geladen. Also 7.5 Watt statt 15 Watt. Und es war immer mühsam. Man musste gucken, was ist jetzt was und wie funktioniert das mit diesen Standards. Ja, und währenddessen haben halt die anderen Hersteller dasselbe gemacht. Also ich habe jetzt hier nur die drei noch, die ich gerade schnell gefunden habe. Einmal Huawei, einmal Samsung, einmal Airwog. Und man sieht schon, wenn man sie umdreht. Also die da haben sogar Propeller drin, also Ventilatoren. Die haben dann gekühlt. Die können zum Teil unglaublich viel Strom drahtlos in den Handy pumpen. Die haben halt auch basierend auf dem G haben sie dann weiterentwickelt und eigene Sachen gemacht. Hat dann natürlich nur funktioniert, wenn man das Huawei-Doc mit dem Huawei-Handy hatte, wenn man das Xiaomi-Doc mit dem Xiaomi-Handy hatte und so weiter und so fort. Und halt jeder hat so ein bisschen was obendrauf gebastelt, was sie gerne hätten. Manche wollten schnell laden. Andere wie Apple wollten eben die Magnete. Und ja, das war immer so ein bisschen das Dilemma von Qi. Qi war einfach der kleinste gemeinsame Nenner. Und alle haben so ein bisschen was drumherum gemacht. Und dann, ja, von ein bisschen mehr als einem Jahr hat Apple ja angekündigt. Und eben nicht nur Apple, sondern auch das Wireless-Power-Konsortium. Jetzt kommt Qi 2. Und die große Überraschung damals, es war an der CES, haben sie das angekündigt, war, dass Qi 2 eigentlich das da ist. Das ist eigentlich MagSafe. Ja, Apple, was ja eben, haben wir gesehen, auch in diesem Gremium sitzt, hat halt MagSafe zur Verfügung gestellt. G2 ist eben nicht nur drahtloses Laden, sondern auch die Magnete rundherum. Das war wirklich sehr, sehr erstaunlich damals im Januar 2023. Ich war sehr überrascht, dass das gekommen ist. Und ich habe mich dann auch ein bisschen gefragt, ja, wie sind die Deals da gelaufen? Weiß man natürlich noch nicht. Das findet man dann vielleicht irgendwann mal raus. Hat Apple da irgendwas dafür gekriegt? Was haben sie gegeben? Und, ja, seither bin ich ein Qi 2-Fan, weil er das Tolle ist, ja. Mich wurmt es grausam. Ich mag meine Android-Handys, unglaublich. Das Problem ist, mein tolles Zubehör hält daran nicht. Seht ihr mein Stativ da hinten? Was ich... Ja, ein bisschen hält. Und schon ist es weg. Nein. Das Problem ist, ich möchte sehr, sehr gerne all dieses tolle MagSafe-Zeugs, was ich schon habe, was auch immer mehr im Alltag auftaucht. Ganz viele Autohalterungen und eben, wie gesagt, solche Stative, die müssten doch eigentlich auch mit Android funktionieren. Und darum habe ich mich so auf G2 gefreut. Und, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt, das sind die ersten zwei G2-Geräte, die es hierher geschafft haben. Und das eine ist eben da der lustige Akku von Anker, genau da. Und das andere ist so ein Multi-Ladegerät, was aber auch für die Apple Watch ist. Die Apple Watch ist ja nicht standardisiert, das ist immer noch ein proprietäres Ladedings von Apple. Darum ist das natürlich in der Konfiguration natürlich offensichtlich eins für Apple-Nutzerinnen und Nutzer. Aber es gibt ja auch eine Variante, die einfach nur G2 hat. Auf jeden Fall. Die nächste Frage, die dann natürlich auch kam und die wir jetzt auch noch testen können. Ja, kann ich denn jetzt meine Android-Handys damit laden? Weil das Problem ist ja, da habe ich mich auch schon darüber beklagt. Noch gibt es keine Android-Handys mit G2. Ich hätte mir so gewünscht, dass das S24 Ultra von Samsung da die Premiere macht und das erste Android-Handy mit G2 ist. Ist ja nicht geworden. Aber, weil G2 ja rückwärtskompatibel ist, funktioniert es trotzdem. Wir können es hier mal vorführen. Schließen wir das dann Strom an. Seht ihr, es leuchtet. Als erstes legen wir ein iPhone drauf, schnappt natürlich perfekt ein und wird geladen. Fällt auch nicht raus, weil es ja magnetisch ist. Jetzt können wir schauen, was passiert, wenn ich ein Samsung drauflege. Ihr seht, hier wird auch sofort geladen. Man muss da halt dann einfach ein bisschen zielen, wie man es drauflegt. Wir können es hier mal ganz falsch drauflegen. Geht so auch? Nein. Jetzt, ja, wenn man es schön drauflegt, dann geht es. Aber hat halt das alte Problem, dass das Handy runterrutschen kann. Wir können auch noch ein bisschen übertreiben, auch noch ein Google drauflegen. Ups, da willst du wohl. Ah, jetzt haben wir es auch getroffen. Weil halt die Magnete fehlen, ist es schwieriger, das Pixel und das Galaxy damit zu laden. Aber es funktioniert natürlich, weil sie ja auch Qi unterstützen. Qi 2 ist retourkompatibel. Man kann also auch, was könnten wir noch drauflegen? Ich habe noch ein Sony-Handy hier, das schon ewig keinen Strom mehr hatte. Mal schauen, ob wir das auch ankriegen mit dem Qi 2-Dock. Mal schauen. Was hat angefangen zu blinken? Irgendetwas macht es. Ja, wir legen das mal hin, dann kann ich da noch fertig erklären. Und vielleicht geht es im Verlauf des Videos noch an. Wir haben jetzt ein Auge drauf. Nein, das Gute an Qi 2 ist, es ist wirklich einfach die eierlegende Wollmilchsau unter allen Drahtlos-Ladestandards. Es funktioniert einfach mit allem. Am besten natürlich mit Geräten, die schon Qi 2 haben. Nur das Problem ist, da gibt es ja... Ah, seht ihr? Geht schon los, dass da das Sony-Handy startet, auch obwohl es natürlich kein Qi 2 hat. Nein, das Gute ist, Qi 2 gibt es momentan halt erst in die iPhones der 15er-Reihe. Die haben es schon vom Start an, dann das 14er und 13er haben es per Update gekriegt. Die Frage ist ein bisschen, was mit dem iPhone 12 ist, ehrlich gesagt. Weil das war ja das Erste, was MagSafe hatte, aber das hat kein Update auf Qi 2 gekriegt von Apple. Ich weiss nicht, ob da etwas drin fehlt, das es nicht hat, oder ob es da irgendeinen anderen Grund gibt, oder ob das vielleicht erst später noch kommt, aber... Ja, da startet das Sony-Handy, das hat also auch funktioniert. Der große Vorteil im Alltag ist natürlich einfach, dank dem, dass Qi 2 jetzt ein offener Standard ist, das Problem wird ein bisschen weniger werden, dass nur Geräte, gerade im iPhone-Kosmos, halt nur Geräte, die Apple-zertifiziert sind, die volle Leistung haben. Jetzt reicht es, Qi 2 konfiguriert oder zertifiziert zu sein, und da werden wir vermutlich auf absehbare Zeit viel, viel weniger Probleme haben, wenn irgendwelche neuen Geräte kommen. Ja, haben Sie jetzt die volle Ladeleistung fürs iPhone, oder haben Sie sie nicht? Und solche Sachen, das ist praktisch. Und das andere Tolle ist einfach, dass irgendwann dann, wenn die Android-Hersteller nachziehen, wir einfach ganz, ganz viele tolles Zubehör halt mit Magneten haben werden. Ja, nein, natürlich auch nichts. Nein, darum ist Qi 2 so praktisch. In erster Linie einfach, weil es weiterhin der kleinste gemeinsame Nenner unter allen Drahtlos-Standards ist, und zum anderen halt, weil es die Magnete dann irgendwann auch in die Android-Handys reinmacht. Aktuell gibt es ja einen guten Hack. Kollege Jean-Claude Frick hat eine Hülle gekauft für sein Galaxy S24 Ultra, die G2-kompatibel ist. Ja. Respektiv einfach, die die Magnete drin hat. Weil das ist ja das Gute, wenn man da eine Hülle dran macht, dann hat man die Magnete, sprich das Qi 2-Dock, habe ich noch eins, was ich nicht brauche, das da, hält dann präzis. Und selbst wenn das Handy nicht das Qi 2-Protokoll unterstützt, ist ja egal, weil Qi 2 Rückdor-kompatibel ist, und eben auch Qi 1 kann, wie wir jetzt gesehen haben, weil ihr das hier auch lädt. Es blinkt immerhin. Ein Bildchen zeigt es noch nicht an. Aber das macht es dann nachher auch irgendwann. Nein, darum ist Qi 2 so großartig. Und ich hoffe sehr, dass es hier mit dem Rüsi-Müsi auf dem Tisch in den nächsten Jahren ein bisschen weniger wird, jetzt wenn Qi 2 kommt. Klar, ganz viele Hersteller werden weiterhin ihr eigenes Süppchen noch kochen, aber auch basierend auf Qi 2. Dann ist nämlich auch das Problem weg. Das war wirklich halt immer so mühsam da mit diesen Ladedocks. Wir können ja mal noch ausprobieren. Nimmt mich jetzt auch gerade Wunder, ob Samsung so weit gedacht hat. Das Ding ist nämlich auch schon ziemlich alt hier. Mal schauen, ob es das Ultra lädt. Ja, es funktioniert noch. Obwohl das Ultra nicht mehr perfekt drauf liegt, weil das dritte Objektiv jetzt verdeckt wird von dem Ding. Ja, also solche Sachen werden alle künftig, hoffe ich, ein bisschen besser werden mit Qi 2. So, ich habe es angekündigt. Wir werden uns verplaudern bei Qi 2, weil ich es sehr, sehr spannend finde und weil es ein bisschen komplex ist. Aber falls ihr noch Fragen habt, immer her damit. Und wie gesagt, sonst Donnerstagabend Livestream hier im Kanal. Dann können wir noch ganz, ganz lange über Qi 2 und Drahtlosladen diskutieren, wenn ihr mögt. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen. Falls dieses gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, oh, ist das verwirrlich mit diesen Drahtlosladestandards. Daumen nach unten. Ja, aber das Gute ist ja einfach, weil Qi so einfach ist, es funktioniert immer die Frage, ob man die Bonus-Sachen auch hat. Die Magnete, das noch schnellere Laden und ja. Aber wer die Frage jetzt nochmal sehen will, einfach zurückspulen und das Video nochmal gucken. Irgendwo kommt sie schon. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder eben im Livestream. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.